Warte, ich will mal kurz was ausprobieren. Warte, ich hol mir die Bürste und dann hau ich die gleich. Hihi. Das wird bestimmt geil. Guck mal, da sitzt Frodo und ist am rumkrüppeln. Macht nichts. Können wir reinschweigen. Ja, na. Komm, lock den mal hierher. Ich muss hier ja jumpen. Wo ist der? Mungi. Ah, jetzt geht's. Es geht. Nein, er kriegt keine Frisur. Nur weil er schon eine hat. Schade. Mino. Er ist am Boss, ne? Trotzdem ist er verkleidend. Schneller. Durch Rushen. Komm mal, mach hier schneller mal, Gandalf. Die Mucke ist cool. So, jetzt wieder einen starken Charakter. Gehör, ne? Der ist gut. Das ist gut. Weiter geht's, komm. Mach mal weiter hier. Weiter sagt. Nöweil sind so ein komischen Strahler auf Haust. Guck mal, wie alle weg zum Problem. Verschwinden alle, und ob sie aufgesorgt werden. Aber der fünf Gegner müssen sehen. Falls mal einer kommen würde. Einer tot. Zwei tot. Doch nicht. Doch. Das sieht so gut aus. Vier Toten müssen weich sein. Noch einen. Das war's. Weiter jetzt. Du 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 du. Guck man kann doch gehen. Du du du. Okay. So das leicht zu gehen. Leute tanzen. Ich kann nicht schlagen. Ich dachte gerne. Ich tanze auch. Schade. Das wär geil gewesen. Der war mit dem Kran und nicht vorbei. Was? Der war mit dem Kran und nicht vorbei. Nee. Der kommt ganz zum Schluss. Ich glaub zumindest. Ach der Kran. Ja. Genau der. Der. Falls der das wirklich ist. Das ist. Da wo wir von. Das. Das stand ja in der Beschreibung. Als wir. Wenn wir vor dem Ballrock flüchten. Und wir flüchten vor dem. Laufen. Pflogen. Ah ja. Ja. Kleines Erdbeben und so. Halb zur Welt. Hä. Ja ja. ه. Gandalf stand hier gerade. Ach da steht er ja. Da steht die ganze Zeit nicht mit anderem. Äh, so, was brauchen wir jetzt? Äh, ich fixe mal zu Gimli. Falls ich ihn finde. Da ist er. Hallo? Ja, ich muss erstmal hier schieben. Warte, erstmal zusammenbauen. Vielleicht kannst du's machen, oder? Weil dieses Zahnrad ist noch nicht vervollständigt. Sehr schön, wa? Ja. Ja, wunderschon. Schneller. Jetzt? Keine Ahnung, kaputt auch. Die Korbel. Warum? Die Korbel, wo ist, wo gehen wir die nochmal her? Keine Ahnung. Ähm. Ist die nicht in irgendeiner Box hier? Ist die nicht in der Kiste hier? Kann sein, ja. Bist richtig gut, wa? Ich bin der Genie, ey. Ein bisschen Genie. Lauf schneller. Sehr schön. Ich glaube, ich falle durch. Das ist kein Kran, ne? Das ist ein scheiß Skelett. Hier haben wir einen gegen geplant, ja. Werf mich, werf mich. Warum? Schneller. Nach hin, ne? Du Ente. Flieg und Sieg. Und ich muss jetzt hier runter, ne? Ja. Oder, äh, ja. Kann nur schütteln. Dann brauche ich das aber erstmal, jetzt brauche ich Sam, das weiß ich ganz genau. Ah, ist eigentlich so laut hier, ey. Ja, ja, genau so. Toll. Hä? Komm schon. Jetzt fackeln. Nicht lang fackeln. Oh, schön, Feuer. Na ja, vorne meinen Füßen machst du's weg. Das denkt der sich. Dann kann man das überspringen? Ich frage mich, ob in dem Moment auch noch die Zeit läuft. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ein Ausruten ist weg. Ja, tolle Unterdränge. Schieß mal schön. Schieß in, schieß in, schieß in, schieß in. Nice. Das war ja mal Absprache. Synchron. Drum teammates um. Jetzt fliegt mal. Auch schneller. Schhhh. Ah, ich kann hier schon weitermachen, ne? Cool, dann kann ich dreht. Geht schon volgen. Ja. das ist der K oder umfasst wir haben uns vorhin ich habe keine Ahnung da war immer die Rigszeit am Arsch er hat man mich bräuchte sein und zweiten Charakter noch schneller einstellen ich will das haben das geht nicht da war hat man mich nicht immer nicht vorher dran gehangen das sieht man doch das mit sich dran hängen kann da liegt was schönes was soll das sein ich weiß es nicht mit dem Hut ein Felsen gekommen Klatschen zu bischen gut der Schilder ich hänge mal ein bisschen ab Tumann kommen noch hin Züge was tut den Züge ja okay ich kann wenn man so Aktion machen kann machen was das gut schön ins Herzen genau und sterblich ja aber da sind wir das Schwert los müssen wir wieder fangen ja das ist ein alter Mann der kann das nicht so festhalten das ist schon wieder gegenfällig ja was machst du da die ganze Zeit ich muss das Schwert holen das fängt falsch rum dann wird er aufgespießt ja ein Feuerball dann wäre er tot gewesen ja der könnte ihn auch einfach so zerreißen ja das ist auch so der jetzt der Quetschen oder was an dem Film war das auch so der ist auch in der Fall ich kenne den Punkt leider nicht ja musst du mal anschauen da ist du da ist echt was verpasst ey fall nicht ja genau die gut wenn ihr die Füße nicht aus dem Alter muss das Eis schwer genau er ist es ist vorbei schön das Wasser so schön Du kannst jetzt zu mir. Sobald wir einen Gegenstand haben, können wir zum nächsten voranschreiten. Ja, wir müssen das durchwaschen, also beenden. Nein. Doch. Nein, sobald wir einen Gegenstand haben, fertig. Wir wollten nur die vorunterwurte. Achso, ja, stimmt, hast recht. Wir müssen jetzt hochwenden. Okay, gut. Stimmt, hätte ich jetzt vergessen. Du musst jetzt schnell schießen. Mach ich. Ich bin schnell wieder, falls ich treffen würde. Alter. Neul. Neul. Was hast du denn da? Ja, ich schieße überall hin, nur nicht an die richtigen Stelle. Gimli, 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 Gimli. Gummli. Gummli. Kommt vor die epische Musik. Yes. Du warst nur ein Gegenstand. Yes. Aber die Trophäen, die kriegt man irgendwie nicht. Also wir haben jetzt alle... Nur sechs Mietrigsteine brauchen wir. Dann haben wir alle. Echt? Echt? Das haut hin, ne? Wir haben's gleich. Nee, 16. Hä? Das geht nicht höher mehr. Lol. Immer noch 134. Ja, volle Anzeige, Bug. Was soll das denn jetzt? 98 haben wir. Das ist echt voll buggy, oder? Was brauchen wir? Haben wir hin? Ähm, ja, das ist das letzte. Dann haben wir keine 100%. Wir müssen noch die Quests abgeben. Schlimm. Schlimm. Und schmieden. Ja, komm. Achso. Ja, ich nehm nix. Hahaha. Was kommt denn jetzt? Keine Ahnung. Zufall vielleicht. Ja, das kann sein. Wo wir spielst du auf nichts. Ich geister im ganzen Level rum. Hammergeil. So, da sind wir wieder zurück. Herzlich willkommen bei SpielCLP und Lego Herr der Ringe. Mit mir, dem Kevin. Mit Kevin. Und mit mir, dem Kevin. Hä? Ich bin Kevin. Nein, mit mir, dem Simon und Kevin. So, jetzt haben wir's. Bescheuert. Mal wieder. Weil eben ist ja... Ich bin ausgestiegen, weil ich ja nix machen muss, ne? Du musst ja... Achso. Du bist ja. Lass mich ja alleine, oder wat? Ja, du musst ja was machen. Ich muss gleich, wenn Boromir... Sorry sagt. Sorry, tut mir voll leid und so, dann muss ich irgendwo klettern? Ne, zu Axtwechseln und dann... ...evas rissigen Bogen kaputt machen. Okay. Bogen, genau. Rissigen Bogen kaputt machen. Macht voll Sinn. Ja. Ne, ich versuche jetzt auch alles voll speedy hier durchzuzocken. Speedy midi. Alles supi. Kommt ja auch mal von der Stelle. Leee. Eine Chiefment war ja, dass man sich von Boromir nicht erwischen lässt, ne? Ja. Keinmal. Keinmal? Nicht einmal? Ne. Keinmal. Keinmal. Das die, ähm... Die... Die... ...aufgabendinges... ...bumpst es eigentlich nicht an. Geh a! Wat? Das die Dinge nicht an. Die Aufgabendung, scheiße. Stimmt. und die Extras. Das meine ich ja. Ach, Kleidung. Jetzt seht ihr mal, wie wir das immer machen. Das haben wir doch schon öfter gezeigt. Für die, ich glaube schon. Für manche, die sich jetzt wundern, warum ich jetzt hier so durchwasche, weil ich kann mir gut vorstellen, dass nicht jeder jetzt die ganzen Folgen sich angeschaut hat. Wir sind dabei, die 100% zu erreichen. Uns fehlt nicht mehr viel und deswegen waschen wir bis zu der Stelle, wo die fehlenden Teile zu finden sind. Genau. Sehr schön. Schön erklärt. Wunderschön. Kann ich jetzt bauen? Hier fehlt noch irgendwas. Ah, der Baum. Darauf muss man einfach kommen. Ja, ich habe dafür eine Weile gebraucht, bis ich... Komm, und ja. Ist ja selbstverständlich, dass man den Katapult bauen muss, ne? Ja. Und dann habe ich erstmal eine Weile gebraucht, bis ich den Katapult überhaupt auch auslösen konnte. Weißt du? Einfach draufhauen. Stimmt, da wäre ich nicht draufgekommen. Ne, ich auch nicht. Ist auch zu einfach. Wickel, wickel, wickel. Die Mucke. Ja. Acht mit Mucke. Also es ist keine typische Herr-der-Ringe-Musik, sondern es ist durch so ein extra... Es ist aktiviert. Das ist unsere Muckel, die wir immer hören. Genau. Das ist unsere zusammengestellte Playlist. Ja, genau. Die, 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 die. Sind voll die Hardcore-er. Die, 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 die. Ja. Voll Hardcore. Die, 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 die. So muss ich da oben machen, und wird abwerfen wahrscheinlich. Gehts. Dass er das nicht gehört hat. Der nächste ist blind. Der ist doch voll benebelt. wenn wir brauchen hier voll ab auf jeden Fall auf dem Facecam ja ne eigentlich schon so manchmal braucht man das wirklich so hier muss ich gleich irgendwas machen noch nicht Klatsch jetzt ist er okay so da ist jetzt ein Seil aber das hatte ich schon mal aber ich glaube dann hatte ich kein Gimli in dem Moment wo ist das fucking Seil man sieht alles auf einen Blick die Schlange ja stimmt hallo